Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, einen Mäuterer-Mäucherl anzunehmen bei Talies Himmelsherz in der Dieragardesund. An dieser Position bin hier in einem Zelt, aber den Eingang sieht man gleich und das Zelt darf nun hier in diese Burg laufen und dort einen bestimmten Mob töten. Hier gleich die rechte Seite hoch, dann nochmal rechts hoch, immer rechts halten und der gesuchte Mob befindet sich hier. Wie man sieht ist der Quade tot. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder abonnieren, würde mich sehr freuen. Was auch euch hilft ist, wenn ihr das Video teilt, weil je mehr Leute das Video kennen und den Kanal, umso mehr habt ihr die Chance eine Antwort auf eure Fragen zu bekommen, falls ihr welche habt. Da ist auch schon der gesuchte Mob. Während der Abwünge benutze ich auch den Extra Knopf, macht gut Schaden, ist nicht unbedingt notwendig. Ok, dann laufe ich hinaus, obwohl viel Schaden macht das nicht. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Da springe ich einfach nach unten. Quäste ist abzugeben in diesem Zelt. Bei Dallis Himmelsherz in der Gavdesund, in dieser Position. Hoffe ich sehr, ich konnte euch helfen. Tschau!